Ja, Mahlzeit meiner lieben Freunde. Heute bin ich mal am Kohlekraftwerk Dattel 4 in Dattel, sagt der Name ja eigentlich schon, direkt am Kanal. Ja, und hier gegenüber liegt ein Binnenschiffer, wo sie gerade, ich denke mal, so wie es aussieht, einen Testlauf machen zur Entladung in diesem Riesenstaubsauger, so wie es aussieht. Aber es ist leider keine Kohle drin, also der Prachter ist leer. Ich denke mal, dass das, ja, wie soll ich sagen, dass wir hier ihre Computersteuerung oder was auch immer korrigieren und neu einstellen und dadurch hier diesen Testlauf machen. Ja, da ist der, ist also ein Schubbinnenschiffer, da ist das zweite Teil, das erste war schon, das habe ich gelesen, 92,5 Meter lang, 11,45 Meter breit, Tiefgang 3,5 Meter. Ja, und der Schieber da vorne, denke ich, wird auch nochmal so.